So, mal schauen was hier ist. Ah, hier geht es einfach weiter. Ich dachte, es ist ein Geheimnis oder so, aber nein. Ich wusste ja nicht einmal, dass ich sterbe, wenn ich dieses Zeug da unten berühre. Aber jetzt weiss ich es immerhin. So, die Ersatzblume holen. Dieses Ding da zuerst töten. So, gut. Dieses Ding töten. So, und wieder die erste Münze holen, ohne dass ich sterbe. Sehr gut. So, jetzt wieder nach unten. So, ich darf diese violette Flüssigkeit berühren. Gut zu wissen. Und wieder das Leben. Juhu. Und wieder nach oben. So, nein. Ach, verdammt. Okay, holen wir uns die Münze. So, Münze holen und wieder rauf. Oh, nein. Moment. Ah. Ach, da mache ich jetzt nicht extra noch einen Screenvax dazu. Ich bin aus der See nach unten gegangen. So, jetzt aber wieder. So, hier bin ich das letzte Mal gestorben. Vorsichtig sein. Vorsichtig. Hier nach oben. Nur Münze. Ah. Und wieder rauf. Ah. Dort ist die dritte Münze. Und wie bekomme ich die jetzt? Ah. Ich glaube. Ich weiss es. So. Genau. Haha. Ah. Ich habe es gewusst. Uhu. Ah. 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 Jetzt komme ich hier nicht raus. Ah. Komm schon. Nein. Das gibt es ja nicht. Ah. Aber ich will nicht auf die linke Seite. Denn dort ist... Ah. Ah. Die Röhre, die nach unten führt. Und ich will nicht nochmal rein. Also springe ich hier. Nach oben. Ah. Ah. Endlich. Und wieder das Teil, das von mir abhaut. Äh. Was für... Äh. Was soll das? Bleib doch mal stehen. Komm zu mir. Ich habe Kekse. Kekse. Ah. Du dummes Vieh. Komm her. Ach. Verpisst dich doch. Ja. Stirb. Stirb einfach. Du dummes Ding. So. Sternmünze. Äh. Was rede ich da? Sternmünze. Äh. Die Blumen holen. Und. Moment. So. Äh. Was rede ich da? Lauf. Und. Leben. Jaha. Damit ist diese Welt auch geschafft. Sehr, sehr gut. Und. Jetzt wieder die vorletzte Welt vor... dem Zwischenboss. Also die Welt vor dem Zwischenboss. Schauen. Was mich hier hat. Äh. Ah. Ich dachte schon wieder das ist die gleiche wie mit den Kanonenkugeln. Aber. Ist doch eine andere. Oh. Schon die erste Sternmünze. Jetzt muss ich vor diesen... Feuer äh. Dingern da aufpassen. Denn die töten mich ganz bestimmt. Oder. Äh. Machen mich einfach klein. Ho. Yeah. Wehey. Was macht ihr da eigentlich für komische Geräusche? Äh. Ahja. Nicht sonderlich schwer. So. Und rüber. Sehr schön. So. Jetzt muss ich diesen Schalter betätigen. Und hier rauf gehen. So. Gut so. Jetzt warte ich. Ab und gehe herüber. Nein. Gehe hier nicht rüber. So. Doch. Gehe hier rüber. Hä? Hm. Wie mache ich es am besten? Am besten. Hä? Hä? Ach egal. Macht ja nichts. So. Die zweite Sternmünze hätten wir auch. Und den Checkpoint erreicht. Sehr. Sehr. Sehr gut. Sehr gut. Ja Mario. Du bist ein guter Kletterer. Wow. Das war jetzt knapp. Wie gesagt. Wenn ich auf diesem Teilen da balanciere. Kann er viel weniger hoch springen. Deswegen wäre ich jetzt fast hinunter gestürzt. Aber. Leider nur. Äh. Was rede ich da leider. Zum Glück nur fast. Äh. Ich gehe mal hier rein. Gut. Springen. 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 Sehr gut. Äh. Wo muss ich jetzt hin? Nein. Wieder zurück. Hä? Okay. Ich gehe einfach mal zurück. Und hoffe. Dass hier der richtige Weg ist. Äh. Hier rein. Und. Ja. Nein. Die Zeit ist bald um. Nein. 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 Aber Moment. Ja. Dachte ich mir doch. ник Nevres. Aber irgendwie muss man ja. Irgendwiy muss man ja. Die spitze erreichen kann. Und. Ich? Äh. Aber. Nein. Nein. Moment. Moment. Ich will das Leben. Ich will das Leben. Oah. Nein. Nur 100 punkte. Mies, 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 ab da für ein Feuerwerk, ja, das sagt uns, dass wir sehr gut sind, ja, wir sind sehr gut, und da taucht ein Lebenshaus-Dingens auf, und ich gehe mir ein paar Leben holen, denn Leben schade nie, jeden Leben kann man immer gebrauchen, einmal schauen, was ich jetzt für Glück habe, hoffentlich gelingt es mir jetzt alle Leben zu holen, nein, nein, nur drei, nur drei, ach, ach, naja, wir könnten auch die, das ganze Spiel auch nur mit einem Leben schaffen, aber wir wollen es ja nicht mehr.